Ich möchte heute in diesem Video eine kleine Übung zu den Pluralformen machen und zwar zu den Pluralausnahmen und zu den besonderen Pluralformen. Es werden jetzt hier nach und nach einzelne Substantive im Singular durch das Video laufen. Du sollst nach jedem Wort auf Pause drücken, dir dazu die Pluralform notieren und dann kannst du wieder auf Start klicken und zum nächsten Substantiv weitergehen und so weiter. Und am Schluss schreibst du mir deine Lösungsvorschläge, deine Pluralformen in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele Pluralformen du von diesen besonderen Substantiven kennst. Los geht's! Ich bin gespannt, wie viele Pluralformen in die Kommentare. Solche Pluralausnahmen und besondere Pluralformen mit zahlreichen Beispielen und auch die regelmäßige Pluralbildung und dazu noch, wie man das Geschlecht erkennt, Berufs- und Personenbezeichnungen und so weiter, alles zum Thema Plural im Italienischen, habe ich dir in einer Einzellektion zusammengefasst. Wenn du hier oben klickst, kannst du dir diese Lektion downloaden und zu einem speziellen Preis sichern. Wenn du also die komplette Lektion zum Thema Plural, sowohl die regelmäßige als auch die unregelmäßige Pluralbildung im Italienischen, holen möchtest, dann mach das jetzt, denn jetzt bekommst du noch einen besonderen Preis. Ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao!